So Leute, dann kann ich ja noch für euch das Auge zeigen, ich geh ja jetzt noch mal extra hin für euch. So. Das müsste, wir sind gleich da. Da direkt bei der Nähe beim Riss ist ein Auge. Und da starte ich die ganze Zeit an. Egal ob du nach links rennst, ob du nach rechts rennst, da starte ich einfach die ganze Zeit an. Da. Seht ihr das? Und der Sound. What? Da starte ich die ganze Zeit an. Man weiß nicht, was es ist. Oh, es ist eine Waffe. Wer ist denn da bitte runtergesprungen? Ich hab geschossen. Komm her. I can see you. I see you. Out up. Was hast du für den Schirn? Auch und jetzt will er mich wieder anbollern. Ist voll klar. Out. 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 Brauch Ich bin hier oben Ich meinte unten Jetzt komm ich wieder hoch Ich bin hier oben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich hab noch ein Trumpet kann ich ganz schnell benutzen ach typisch ist ein Sniperer das war so ein anderer, das war ein anderer, das war nicht der Snipertyp weil er hatte keinen Sniper, da war was ein anderer warum wollt ihr mich alle farschen? Ha! Hit! Dicke Focken sind sie so Sniper Dicke hat er hat nen Rocket Launcher! What's going on with him? I'm so lucky fj 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 Das war's. Wo ist der Waxel-Unscheu? Ich will euch zeigen. Wie ich die neue Waffe finde. Pocket-Luncher. So einen Müll brauche ich nicht. Die Waffe ist eine Ehrenwaffe. Beste Waffe ever. Und ein Waxel-Unscher gehört in die verdammte Zone. Und nicht woanders. Klar? Die Waffe ist ein neuer Waxel-Unscher. Mehr nicht. Und ein Waxel-Unscher kann man in die Mülltonne werfen, dann die Mülltonne in den Kompostofen reinwerfen, dann diese Mülltonne zerschreddern und dann diese Mülltonne in den Papierkorb reinschmeißen. Zuerst mal zerschreddern, dann die einzelnen Teile da drauf, in die Mülltonne reinpacken. Ja. Pocket-Luncher ist ein Blatt Papier. Würde ich sagen. Erstmal. Ich brauche keinen Bock. Ich wünsche. Was hilft er dir denn? Scheiß, Dreckwürste. Ach, du Scheiß. Nicht schlimm. Alter, nee. Ich schieße halt einfach so. Nochmal. Geh's durch die Wände halt einfach. Ich schieße 3, 3, 3. Das hat nur noch 38 Leben. Bam! Guck. Ich riff's den Baum noch. Also wenn, aber beim Spiel, wenn du ja kämpfst, ist es ja bei den Spielern, ne? Bazooka. Also ich empfehle euch nicht mehr, Bazooka. Wenn ihr diese Waffe könnt, dann könnt ihr, dann könnt ihr diese Waffe in die Mülltonne werfen. Nur mal zur Info. Ich benutze die Waffe, um sie in die Mülltonne zu werfen. Oh, willst du dich verstecken? Oh, willst du dich verstecken? Ich muss jetzt aber hier hoch, und daher geht es etwas weiter. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Scheiß Camper! Scheiß Camper! Der Test bekommt von dir ne F-. Das ist dir klar du Camper! Du kriegst ne F- von mir! Der Gegner hat ne F- bekommen. Wo ist denn der Ding? So. Hier. F- Bro. F- Bro. F- Bro. F- Bro. F- Bro. Okay. Nach oben. Müssen jetzt alle hin. Du schützt den ganzen Berg! Ihr kommt hier nicht hoch. Wenn du Jump-Ed hast, so hast du Glück. Das Gefühl, der kommt hoch. Lass mal mich gucken. Das ist mein Jump-Ed. Ich hab dich gehört. Oh ja! Wo bist du? Ey, du kleiner Loot-Geier! Ja! 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 Ich hab dich gehört. Ja! 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 Jo! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.